Hallo, ich bin Aline von Topfruits und heute stelle ich euch unser Phytohelp Amoreolum vor. Das ist eine Pulvermischung aus Kapuzinerkresse und Meerrettichpulver. Viele kennen die beiden Zutaten vielleicht aus diversen Medikamenten oder Arzneimitteln, wie zum Beispiel das Angozyn. Wir haben unsere Rezeptur an solche Medikamente angelehnt und haben 70% Kapuzinerkresse und 30% Meerrettichpulver in unserer Pulvermischung. Der Vorteil ist halt einfach, dass hier die geballten Nährstoffe und Vitalstoffe drin sind, ganz ohne sonstige Zusätze. Also es ist wirklich ein 100% reines Pflanzenpulver. Viel Spaß beim Ausprobieren und bis bald! Vielen Dank!